Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den besten Fallschloss-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Fallschloss-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die TopTrek Fallschloss mit. Das Fallschloss-Ton 01 des Herstellers TopTrek besteht aus 5 mm dickem und ebenfalls erstarrtem Stahl. Nach Angaben des Herstellers sind die Stangen des Schlosses langlebig sowie können Schraubenschneider und auch Sägen aushalten. Die äußere Schicht der Kette ist in einen geschlossenen Abskunststoff eingerahmt, um Korrosion zu vermeiden und auch Schäden an der Lackierung am Fahrraddäumen zu stoppen. Die einzelnen Federbeine sind mit verbesserten und verschleißfesten Nieten geschlungen, die selten anfällig für Verformungen sein sollten. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Abus Fallschloss Bordeaux. Die Stangen des Bordeaux Granit X Plus 6485 Fallschlosses sind aus verfestigtem Stahl gefertigt und erfüllen die Anforderungen an das höchstmögliche Abus-Schutzkriterium von 5 cm. Die Pole sind 5,5 mm dick. Durch die Ausdauer und auch die Tatsache, dass der Stahl zusätzlich verfestigt ist, ist Ihr Fahrrad mit diesem Schloss nach den Anweisungen des Lieferanten vor Dieben sicher. Die einzelnen Komponenten des Schlosses mit der Modellnummer 450532 sind mit zähem Kunststoff überzogen, um die Farbe auf dem Fahrrad nicht zu beschädigen. Das Klappschloss hat eine mittlere Größe und auch sein Gewicht mehr als 1,5 kg, was noch mehr Schutz bieten muss. Auf Platz 3, haben wir die Büchel Sicura Fallschloss. Das Klappschloss 60.503.853 Sicura von Büchel zeichnet sich nach Angaben des Herstellers durch hohe Sicherheit und Effektivität aus. Es besteht aus sechs beweglichen Stangen aus erstarrtem Stahl, die mit Kunststoff bedeckt und durch Fugen verbunden sind. Nach dem Entfalten beträgt das Klappschloss eine Länge von 85 cm. Falten Sie das Schloss nach dem Gebrauch auf eine Größe von 5,5 bis 18,5 bis 3,5 cm. Dieses Klappschloss ist mit einem anderen Schließzylinder mit Schmutzkappe ausgestattet. Büchel beschreibt es als eine Schleuse auf höchstem Sicherheitsniveau und identifiziert sie auf Stufe 5. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Abus Erwachsene. Das Abus Fallschloss 517.969-6190 Bordeaux Kombination gewährleistet nach Angaben des Herstellers eine detierte Verteidigung gegen Fahrradiebstahl mit mittlerer Einbruchsgefahr. Es hat 5 mm dicke Stangen und der Verschlusskörper ist aus Stahl gefertigt. Die Länge der Burg beträgt 90 cm. Einzigartige Nieten an den Gelenken, die die Stangen miteinander halten, sorgen für die Sicherheit der Bänke. Nach Angaben des Herstellers ist dieses Klappschloss durch hohe Flexibilität sowie hohen Widerstand definiert. Die Ziffern der Nummernrollen sind vor Abrieb sowie Verschleiß geschützt, die für eine dauerhafte Sichtbarkeit sorgen müssen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Abus Fallschloss 6000. Das Klappschloss 6120 Bordeaux Biche ist nach Angaben des Herstellers Abus durch hohe Beständigkeit, winzige Transportmessungen sowie große Flexibilität gekennzeichnet. Seine extra weiche zwei Komponentenoberfläche sichert die Lackierung des Rahmens, wenn das Klappschloss befestigt wird, zum Beispiel während des Transports. Das fast gesamte Schloss ist 5 mm dick. Das Set besteht aus der Transporttasche mit Klappesicherheit, in der Sie das Klappschloss während der Fahrt bequem und sicher verstauen können. Der Sicherheitsgrad dieses Modells stellt Grad 10 dar. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen.